Eine volatile Woche liegt hinter uns. Wir haben vor allem im DAX und in den Währungen Bewegungen gehabt. Über die möchten wir sprechen heute mit dem Christian Schleke, mit dem Christian Schöppel, mit dem Tobias Adler und auch eine Parallele aufzeigen, die mit dem Kryptomarkt zu tun hat. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Finanztalk in dieser Woche, der EZB-Woche. Wir hatten eine Zinswende eingeleitet, noch nicht ganz vollzogen. Das wollen wir heute besprechen und natürlich die aktuelle Marktsituation, die wir mit Blick auf den DAX eröffnen im Gespräch mit dem Christian Schlegel. Hallo Christian! Servus zusammen! Ja, der DAX hat in dieser Woche mit dem Pfingstmontag mit wenig Volumen gestartet. Bei 14.700 waren wir im Top und jetzt sehe ich aktuell sogar Kursse unter 14.000. Was war denn da los? Na ja gut, die Leute haben ein bisschen Angst. Es ist ja nicht nur so, dass letzte Woche oder vorletzte Woche der Chef von JP Morgan was gesagt hat im Sinne von der Markt sieht nicht gut aus. Dann war es letzte Woche der Vize-Chef von Goldman Sachs und überall häufen sich nach wie vor die Nachrichten, das sollte böse sein und alles nicht so gut. Ich kann mich dem nicht entziehen, so möchte ich es mal formulieren. Die Nachrichtenlage ist insgesamt sehr schlecht, aber ich glaube nach wie vor, dass der Markt schlechter gesprochen wird, als er ist. Wir sind jetzt heute noch die 14.000 gegangen und ich schaue gerade eben mal drauf, wir sind bei 13.990. Ich kann mir vorstellen, so sage ich es auch gerne auf YouTube, dass wir durchaus bis auf 13.850 fallen. Aber ich habe hier insbesondere auch für verschiedene Einzelwerte keine wirkliche Angst. Also ich sehe jetzt keine dunklen Wolken, die uns unter 12.000 oder sogar unter 13.000 nochmal bringen. Das sehe ich eigentlich nicht. Denn jetzt bin ich hier auf diesem Niveau eher leichter Käufer. Insbesondere bei Zinsanhebungen, die ja jetzt in Aussicht gestellt wurden seitens der EZB, profitieren ja auch die Banken durch höhere Margen. Wie sieht es denn da bei der Deutschen Bank zum Beispiel aus? Also ich habe sowohl Deutsche Bank als auch Commerzbank heute schon gekauft, wobei ich das nenne Schnüffelstücke. Ich gehe da nicht mit der vollen Position rein, sondern ich nehme eine Position, sodass ich im Markt drin bin und fühle den. Das sind bei mir 25 Prozent und dann kann ich den Markt besser schnuppern, riechen, fühlen, greifen und bin ein bisschen intensiver dabei. Aber ich würde noch nicht. Die Deutsche Bank verliert heute bis auf 9,75. Die Commerzbanks sind unter die 8 gefallen. Ich bin noch nicht bereit, die volle Position auszufahren, aber ich glaube, dass verschiedene Reaktionen hier auf die insbesondere Bankaktien übertrieben sind. Ja, deswegen fange ich langsam an zu kaufen. Ja, übertrieben war sicherlich nicht das, was die EZB gemacht hat, denn sie hat noch nichts gemacht. Darüber möchte ich mit dem Christian Schöppel sprechen. Hallo Christian. Hallo in die Runde. Hallo Andreas. Ja, der EZB oder die EZB-Chefin, muss man ja sagen, Christine Lagarde, hat in Aussicht gestellt, im Juli richtig loslegen zu wollen, dann vielleicht nochmal im September nachzuziehen. Das ist die Einleitung der Zinswende. Darauf haben wir auch alle gewartet. Aber es geht sehr, sehr zögerlich vonstatten, oder? Ja, ich habe dazu mal auch eine kleine Grafik mitgebracht. Das sind ja zwei Komponenten, die Zentralbanken berücksichtigen. Du hast es angesprochen. Das sind einmal die Reduzierung der Anleihkäufe. Das sehen wir hier auf der linken Seite bei den wichtigsten vier Zentralbanken der entwickelten Märkte. Und da sieht man das Ausmaß. Das hat die EZB jetzt zumindest mal angekündigt, die Anleihkäufe zu reduzieren. Die Amerikaner haben es schon was früher angekündigt. Aber wenn diese Reduzierung dann in vollem Gang ist, Richtung 2023, wird dem Markt natürlich auch massiv Liquidität entzogen. Und die Frage ist, wie der Markt damit zurechtkommt, wie die Wirtschaften damit zurechtkommen, insbesondere in Europa. Du hast die Zinserhöhung angesprochen, die jetzt vorbereitet ist, 0,25 Prozent. Man sieht das hier auf der rechten Seite. Wie ist denn die Projektion für dieses Jahr insgesamt auf der Zinsseite? Und da sehen wir jetzt durch diese Maßnahmen zumindest schon mal eine Erwartung von, ja, ich sag mal, zwei Zinsschritten an 25 Basispunkten. Das sind also hier nicht zwei Prozent, sondern zweimal 0,25. Das sind gerade mal 0,5 Prozent Zinsen. Ob das die Inflation jetzt wirklich schon bekämpfen kann, das ist die große Frage. Wir sehen im Vergleich dazu die projizierten Zinserhöhungen in Amerika, die über der 2-Prozent-Marke liegen. Und das hat diese Woche auch dazu geführt, dass Anleger wieder verstärkt in den Dollar investieren. Der ist ein bisschen zurückgekommen. Und der Dollarindex, der greift jetzt eigentlich schon wieder alte Skyrocket-Höchstkurse an. Und die Frage ist, ob er diese sogar noch überschreiten kann, ob diese Dollarnachfrage dieses Jahr sogar noch anhält oder zurückkommen wird von diesen hohen Levels. Bevor wir uns dieser Frage nochmal von einer anderen Sichtweise wenden, die Nachfrage von meiner Seite. In der kommenden Woche, dann gibt es ja die Zinsentscheidungen von der FED, von der amerikanischen Notenbank. Das könnte ja den Dollar auch nochmal ein Stück weit stärken, wenn da die Zinsen mit einem großen Schritt angehoben werden. Das ist richtig, Andreas. Allerdings sind diese großen Schritte eigentlich auch schon in den Erwartungen drin. Das heißt, der Dollar könnte dann nochmal an seine Höchststände aus dem April anstoßen. Ob er diese dann überschreitet, wird eine spannende Frage. Denn danach richten sich auch die Kurse vieler anderer Währungen, auch der Kryptowährung. Ja, da hast du schon die Überleitung gegeben zu Tobias Adler, den ich auch in unserem Finanztalk begrüße. Hallo Tobias. Hallo zusammen. Ja, wir haben über den Dollarindex gesprochen. Du hast da was sehr Interessantes heute mitgebracht, und zwar das Verhältnis vom Dollarindex zu den Kryptowährungen. Ja, genau. Das habe ich vor ein paar Tagen zufällig bei Facebook gefunden. Also der Chart ist nicht von mir, aber es ist sehr interessant, gerade in der Vergangenheit. Man sieht darauf, wenn der US-Dollar relativ stark ist, dann bildet Krypto gerade Bitcoin meistens im Boden. Und Stichwort Trendwende. Und im Kryptomarkt sind mir jetzt doch ziemlich gefallen, die letzte Zeit. Oder was heißt die letzte Zeit eigentlich, die letzten Monate. Das stimmt. Man spricht schon in einigen Medien von dem sogenannten Kryptowinter. Hältst du davon was? Noch nicht so wirklich. Ich halte es für eine normale, also wirklich eine normale Kryptokorrektur. Das heißt, in der Unterstützungszone um die 30.000 wäre es vielleicht mittelfristig durchaus denkbar, dass wir uns da stabilisieren und von dort aus wieder nach oben bewegen können. Eher kurzfristig, denke ich mal. Könnte sein, dass wir jetzt aktuell sind wir bei 30.000 Dollar. Moment. Ja genau, 30.002 Stand jetzt. Kann sein, dass wir in Richtung 37.000, 38.000 Dollar nur steigen. Meine wirkliche Kaufzone liegt aber im Bereich vom Moving Average 200 im Wochenchart. Und der liegt aktuell bei, einen kleinen Moment, 22.300. Also das ist so die wirkliche Kaufzone. Und der Moving Average 200 im Wochenchart, der hat bisher immer gehalten. Also seit es Bitcoin gibt. Ja, das schauen wir uns auf alle Fälle auch an mit deinen Trades, zusammen mit allen Trades, die wir von unseren StarTradern auf der Plattform finden. Also gerne kostenfrei anmelden, reinschauen und auch dadurch Inspiration für das eigene Trading erlangen. Ganz lieben Dank für eure Perspektiven und da wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.